Nun ist doch mal gut mit der blöden Diskussion über die Renten. Ach, nach dem 67. Lebensjahr, Rentenmachtwort des Kanzler Scholz. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich steige gleich mal in die Nachrichten ein, die ich hier im Internet gesehen habe. Unser lieber Bundeskanzler Olaf Scholz hat gesagt, es reicht nun mit der Diskussion, mit der Rente, mit dem Renteneintritt nach 67, ist auch mal gut, sagt er. Ich finde das sehr gut, dass er das gesagt hat, dass es wirklich mal gut ist. Es ist auch sogar, spricht, also Kanzler Scholz spricht sogar von einer blöden Diskussion. Man solle doch erstmal die Perspektiven für älterer Arbeitssuchende verbessern. Hier ist Olaf Scholz, Sie sehen ihn. Ja, die Wirtschaftsverbände und Teile der Politik verlangen seit Langem die Anhebung des gesetzlichen Renteneintritts. Aber ich kann Ihnen nur eins sagen und das sagen die neuesten Umfragen. 70, fast 70 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Kürze oder in Rente gehen wollen, wünschen sich einen vorzeitigen Berufsausstieg. Das heißt also, die wollen gar nicht länger in länger arbeiten als bis maximal 63 Jahre oder dann abschlagsfrei, wenn sie 1959 geboren sind, mit 64 Jahren und zwei Kalendermonate, wenn sie die 45 Jahre Wartezeit für die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte erreichen. Olaf Scholz hat sich ganz energisch gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters ausgesprochen. Er sagt schlicht und ergreifend, es reicht langsam, wir haben genug gehört davon, es macht auch gar keinen Sinn. Ist ja auch völlig klar, er sagt zwar nicht ganz genau, warum es keinen Sinn macht, aber letzten Endes erhöht doch eine Rente mit 68, 69 oder sogar bis 70, wie es öfter schon zu hören war, doch dann auch die Altersarmut, denn die Leute bekommen ja dann höhere Abschläge, wenn sie trotzdem mit 63 in Rente gehen. Das Kernproblem, was wir in Deutschland haben, wir haben irgendwann mal zu viele Rentenempfänger und zu wenig Beitragszahler und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, an dem Punkt gebe ich Herrn Scholz auch recht, wir haben mit 17 die Schule verlasse und dann eine Lehre beginnt und dann hat er bis 67 arbeitet, hat er 50 Jahre Arbeit vor sich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Oder die Leute, die studieren gehen und danach arbeiten. Wenn man das Studium auch, letzten Endes ist ja auch nichts geschenkt, was man da bekommt, dann muss man auch hart arbeiten, auch als Arbeit begreift, dann geht man hier auch 50 Jahre toffeln, so sagen wir hier in Halle. Und das ist wirklich verdammt viel und da muss mir hier keiner erklären in Deutschland, dass wir hier bis 70 oder wie auch immer noch arbeiten sollten, nur weil die Paladine des Großkapitals und die Neoliberalen das so gerne wollen. Meine Damen und Herren, ich gebe auch Herrn Scholz da an dem Punkt recht, dass alle gesetzlichen Voraussetzungen für die Beschäftigungsperspektiven für Menschen im Alter einfach verbessert werden müssen. Es muss einfach mal dort angefangen werden, dass wir Beschäftigungsperspektiven schaffen, dass wir höhere Einkünfte schaffen, dass wir alle Beamten, alle Politiker, alle Selbstständigen in die Rentenversicherung mit reinholen. Das sind doch die wichtigsten Dinge, die auf uns lauern und nicht irgendwelche komischen Forderungen von irgendwelchen Verbandspräsidenten oder Wirtschaftslobbyisten oder auch von der wirtschaftsweisen Frau Professor Schnitzer, die ja am liebsten die Leute mit 68 in Rente gehen lassen will. Meine Damen und Herren, ich finde es gut, dass Kanzler Scholz hier an dem Punkt mal was gesagt hat und dass die Diskussion hoffentlich nun auch mal ein Ende gefunden hat. Aber so richtig glaube ich nicht dran. Es wird weitergehen. Ich denke mal, die CDU wird hier dann demnächst wieder mal ein bisschen nachlegen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche und lassen Sie sich bitte nicht verrückt machen. Rente mit 68 oder 70 gibt es nicht. Es wird auch die Rente mit 63 nicht abgeschafft, weder als Variante langjährig versichert oder besonders langjährig versichert. Das ist alles mit Stand 14.11.2023, wenn es so behauptet wird, bin ich schreiender Blödsinn. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Mauerer Peter Knöppel.